Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung von HSBC Daily Trading TV. Und es wird eine ganz besondere Sendung sein. Ich gebe es auch im Vorfeld zu. Wir werden Ihnen vielleicht ein bisschen was zumuten. Ich habe nämlich einen Chart, der derzeit extrem heiß diskutiert wird, vorbereitet und mitgebracht. Und das vor allen Dingen bei institutionellen Investoren. Namentlich den Ratio Chart zwischen dem MSCI World Value auf der einen Seite und dem MSCI World Growth auf der anderen Seite. Also im Prinzip der Kampf zwischen den Anlagestilen zwischen Value und Growth und dahinter. Oder der Grund, warum der derzeit so im Fokus steht und Gegenstand von heftigen Diskussionen ist, ist zum einen die charttechnische Ausgangslage, dazu gleich mehr. Und zum anderen eben der Grundgedanke mit einer möglicherweise sich bessernden Pandemielage, dass dann möglicherweise klassische Sektoren, klassische Branchen vor einem Comeback stehen. So, jetzt kommen wir ganz konkret zu dem mitgebrachten Ratio Chart zwischen dem MSCI World Value und Growth auf der anderen Seite. Also, vielleicht nochmal grundsätzlich zur Erklärung der Chart. Ganz oben habe ich die beiden Anlagestile für sich die nackte Kursentwicklung der Anlagestile abgetragen. Die Musik spielt aber eigentlich in der Mitte des Charts, weil da ist das Verhältnis zwischen Value auf der einen Seite und Growth auf der anderen Seite abgetragen. Kommen wir zu den charttechnischen Gegebenheiten. Seit 15 Jahren fällt dieser Ratio Chart. Das heißt, die Hochtechnologie, die Growth Titel stehlen den klassischen unterbewerteten Sektoren. Die Show haben eine massive Outperformance aufs Börsenparkett gelegt. Und wenn man sich die Historie anschaut, dann ist es die längste Phase der Underperformance unterbewerteter Value-Titel, die es jemals gab. Und dann, seit 2016 ist diese Konstellation sogar nochmal schlimmer geworden, hat sich verschärft. Wir haben 2016 nochmal einen steileren Abwärtstrend etabliert. Und damit kommen wir jetzt sozusagen zum aktuellen Rand. Da gibt es nämlich mutmachende Signale. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Auf dieser sehr niedrigen Basis haben wir zuletzt eine Bodenbildung vollzogen. Wir haben zudem die Rückkehr in diesen steilen 2016er Bässe-Trend-Kanal geschafft und vollzogen. Das sind schon mal ganz klare Ausrufezeichen in Richtung eines Comebacks der Value-Werte. Und ich würde gerne nochmal ein Indikatoren-Signal hervorheben und ins Schaufenster stellen. Ich habe den MACD mitgebracht, also klassischer Trend folgender Indikator. Wie gesagt, bezogen auf das Ratio, bezogen auf das Verhältnis zwischen Value und Growth. Und da haben wir auf historisch niedrigem Niveau zuletzt ein neues Einstiegssignal geliefert. Also Levels, die wir vor diesem vorbesagten Einstiegssignal gesehen haben, gab es in der Historie zuvor noch nie. Und ganz grundsätzlich sollten Anleger Signale bei dem Trend folgenden Indikator weit entfernt von der Nulllinie eine besondere Aufmerksamkeit schenken. Die sind besonders zuverlässig. Deswegen ist das auch ein wichtiges Puzzleteil in unserer Argumentationskette, was gegenwärtig für ein Comeback des MSCI World Value spricht. So, es war vielleicht eine ganz besondere Sendung, aber Fazit an der Stelle. Es lohnt sich, auch mit diesem Verhältnisschart sich mal auseinanderzusetzen. Wir haben eine extrem lange Phase der Underperformance, der Value-Titel gesehen. Die dürfte nun auslaufen. Mit anderen Worten, es ist als Anleger zusehends risikobehaftet, gegen unterbewertete Aktien, gegen unterbewertete Sektoren, Value-Sektoren zu sich positionieren. Und im Gegenteil, das ist sogar zu schwach ausgedrückt. Mit dieser charttechnischen Steilvorlage, die wir beschrieben haben, steht der MSCI World Value möglicherweise vor einem Comeback. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Schönes Schluss, Berdoyer, wie ich finde. Es lohnt sich also, auch mal tiefer in die Materie einzusteigen und sich mit solchen Verhältnisscharts intensiver auseinanderzusetzen. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Bis nächste Woche. Tschüss aus Düsseldorf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017